Also ich bin die Anna Maria, ich bin 15 Jahre alt. Meine eigentliche Position ist der linke Flügel, aber ich spiele meistens hinten. Meine bisherigen Vereine waren der FC Wang und der SV Dolchelried. Mein Vorbild ist Arnte Räbic, in FIFA nehme ich meistens die Mannschaft Juventus. Meine persönlichen Ziele sind, dass ich natürlich so lange wie möglich Fußball spiele und dieser Zeit auch was reiße. Und meine Ziele mit der Mannschaft sind, dass wir immer jedes Spiel gewinnen und immer unser Bestes geben.